Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 11. Oktober 2024, sprechen wir über den Bitcoin-Preisrückgang auf 59'000 US-Dollar. Wir sprechen über den SEC-Kommissar Marc Uyeda und seine Meinung zu der SEC-Strategie. Dann sprechen wir über die neue L2 von Uniswap namens Unichain. OKX erhält eine Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Ithena, also Ena, investiert in unterschiedliche LWA-Fonds. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar haben viele den Preisrückgang von Bitcoin auf 59'000 US-Dollar gar nicht erst erwartet. Gewisse technische Analysten freuen sich. Sie sagen, als nächstes werden wir noch die 57'000 US-Dollar sehen. Und der Oktober scheint zumindest mal für den Moment pausiert zu sein. Grund für die Korrektur sei unter anderem auch so ein bisschen die US-Wahl. Aber gleichzeitig sagen viele Trader, die Altcoins sind in der sogenannten Accumulation, also in der Akkumulationsphase. Die Leute investieren momentan. Und sobald dann zum einen die Wahlen ganz klar dastehen, also wer schlussendlich Präsident wird in den USA, und idealerweise auch regulatorische Hürden gemeistert sind, dann im idealen Fall könnten wir höhere Preise sehen. Momentan scheint das Ganze aber eher wirklich seitwärts sich zu bewegen. Sprich, das, was wir eigentlich im September erwartet haben, ist jetzt im Oktober Realität. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir gegen Ende Oktober allerdings höhere Preise sehen werden. Dann sprechen wir über den SEC-Kommissar Marc Uyeda. In einem Fernsehinterview ganz klar hat er sich so ein bisschen von der SEC-Strategie distanziert. Er sagt, die SEC, die Securities and Exchange Commission in den USA, haben nichts dafür gemacht, die Regeln für den Kryptomarkt in den USA ganz klar und transparent darzustellen. Im Gegenteil, er sagt, dass die Strategie, die sie in den letzten Jahren gefahren sind, eigentlich eher ein Desaster für die gesamte Kryptoindustrie gewesen sei. Er sagt, dass Gary Gensler schlussendlich als Leader der SEC eigentlich den Ton angibt und die SEC-Kommissäre grundsätzlich dem folgen müssen. Das Problem allerdings bei dieser Strategie ist, dass die SEC ganz klar sofort vor Gericht geht, ohne das Regelwerk klar zu kommunizieren und es dann dazu führt, dass unterschiedliche Gerichte unterschiedliche Entscheide treffen und dass auch das wieder keine weitere Transparenz in die Industrie bringt. Ob Gary Gensler politisch animiert worden sei, diese Strategie zu fahren, das hat Marc Uyeda im Fernsehen dann nicht mehr sagen können. Aber er sagt ganz klar, die SEC-Strategie gehe momentan nicht auf. Das zeigt noch ein interessantes Bild, also auch innerhalb der SEC scheinen die Leute nicht ganz zufrieden zu sein mit dem Approach, den sie in den letzten Jahren gefahren sind. Und das wiederum könnte auch bedeuten, dass wir einen Wechsel bei der SEC sehen werden. Allerdings erwarte ich diesen Wechsel erst nach den Präsidentschaftswahlen. Dann sprechen wir über die spannendste Nachricht am gestrigen Tag und zwar hat Uniswap die dezentralisierte Plattform eine L2 namens Unichain lanciert. Und zwar nennen sie das eine L2, die für den DeFi-Markt designt wurde. Schnelle Blockzeiten, also Sub-1 Sekunde, man spricht sogar von 250 Millisekunden, sogenannte Cross-Chain-Interoperabilität und ein dezentralisiertes Validatoren-Netzwerk sind die Highlights der Unichain. Braucht es eine weitere L2 auf dem Markt? Das ist die Frage. Allerdings ist das Interessante bei der Unichain, dass sie auf dem Superchain-Ökosystem von Optimism aufbaut. Darauf ist ja auch schon Base lanciert worden und Optimism selber ist auch in diesem Superchain-Ökosystem mit drin. Das bedeutet, auch Unichain kommt in dieses System mit drin und die Interoperabilität wird gesteigert und die Geschwindigkeit, von welchem quasi alle Plattformen profitieren, steigt so natürlich auch. Grundsätzlich bedeutet das jetzt in erster Linie, wir werden einfach eine weitere L2 im Alltag sehen, aber der Fakt, dass vor allem die Blockzeiten so stark reduziert werden, könnten auch bei der User Experience extrem helfen. Uniswap selber sagt dabei, sofortige Transaktionen, also der Nutzer bemerkt quasi gar nicht, dass eine effektive Transaktion im Hintergrund abläuft. Von daher ist davon auszugehen, dass wir auch im User Experience-Bereich davon profitieren werden. Stichwort mobile Apps und weitere Applikationen, die die ganze Experience auf dezentralisierten Börsen, spezifisch auf Uniswap, nochmal spannender machen könnten. Ganz interessant ist natürlich auch die Performance des Uni-Tokens. Der hat alleine gestern 15% zugelegt und in den letzten 30 Tagen etwa 23%. Und jetzt haben wir eine interessante Situation und diese Situation werde ich am Ende des Podcasts auch nochmal ansprechen, nämlich der Fakt, dass gewisse DeFi-Tokens wie Aave und Uni relativ stark performen und so ein bisschen aus dem Tiefschlaf erwacht sind in den letzten Monaten. Und das zeigt jetzt auch, vielleicht kommt eine nächste DeFi-Welle auf uns zu. Ich werde gleich noch etwas dazu erzählen. Wir springen aber noch ganz kurz in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat OKX die Kryptobörse aus Asien, nämlich die volle UAE-License erhalten. Das bedeutet, sie darf Kryptos verwahren, aber auch Kryptodienstleistungen anbieten für Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Emirate scheinen eine interessante Industrie darzustellen. Vor allem viele Kryptobörsen versuchen dort, die Lizenz zu erhalten. Ob jetzt in Dubai oder in Abu Dhabi, teilweise entscheiden die Emirate komplett unabhängig voneinander, ob eine Lizenz gegeben wird. Und dann gibt es auch noch die volle Lizenz für das gesamte Land. Und die ist jetzt entsprechend herausgegeben worden. Und zum Schluss sprechen wir noch über Ithena ENA, nimmt nämlich den BlackRock Biddle Fund, den Mountain Fund Superstate und Skys USDS für eine 46 Millionen US-Dollar tokenisierte RWA-Distribution. Und zwar werden sie dabei in vier unterschiedliche Stablecoins, also USDS, USTB von Superstate und USDM von Mountain investieren und zusätzlich noch in den BlackRock Securitize Biddle Fund. Das, nachdem 25 Anmeldungen quasi eingegangen sind, hat das sogenannte Risk-Komitee von Ithena Labs entschieden und wird jetzt diese 46 Millionen US-Dollar investieren. Ziel davon ist es unter anderem, die sogenannten Treasury Assets so zu verteilen, dass man auch zusätzlich natürlich gewisse Zinsen generieren kann. Und das System funktioniert schon mal relativ gut, weil man natürlich auf kurzfristige US-Staatsanleihen teilweise zwischen 4 und 5 Prozent erhält und diese dann mehr oder weniger fast komplett weitergeben kann. Und das bringt mich eigentlich jetzt auch noch mal zu der DeFi-Geschichte. Und zwar ist auch Ithena oder ENA in diesem Bereich sehr stark aktiv. Jetzt könnte man sagen, RWA ist so ein bisschen die nächste Stufe von DeFi und ich glaube, das kommt relativ gut hin. Das heisst, in der DeFi-Welt haben wir mit Awe und Uniswap zwei Anbieter, die einen sehr, sehr wichtigen Teil von Krediten und Loans, also quasi Krediten zur Verfügung zu stellen und Kredite effektiv zu nehmen, als Plattform ermöglichen. Und dann haben wir noch Uniswap, die als dezentralisierte Börse ganz klare Nummer 1 ist. Und was ist, wenn wir jetzt diese Assets, die wir in der Kryptowelt haben und weiterhin handeln möchten, jetzt auch mit weiteren Assets, mit der echten Welt verknüpfen möchten? Und da kommt dann eben diese Brücke in Richtung Ithena, die jetzt genau das versucht umzusetzen. Es geht nämlich darum, dass sie versuchen, innerhalb der Kryptowelt diese Zinsen zu generieren, ohne dass man quasi die Kryptoschiene verlässt. Und das ist so ein bisschen die These von RWA. Und ich werde das Ganze ein bisschen im Newsletter heute noch vertiefen und gleichzeitig ein RWA-Projekt in der Mitgliedschaft vorstellen, die doch einige Leute interessieren wird. Das heisst, wenn du noch kein Mitglied bist, kannst du dich auf www.pluralpine.ch-mitgliedschaft anmelden. Das war's vom heutigen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann. Das war's vom heutigen Podcast.